Ich bin Charlie Watson. Ich bin 18. Genau genommen seit heute. Ist der Käfer zu verkaufen? Er gehört dir, Kleine. Herzlichen Glückwunsch. Der gelb-schwarze Fanliebling aus dem Transformers-Universum bekommt seinen ersten Solo-Kinoauftritt. Oh mein Gott! Was bist du? In Bumblebee, dem Spin-off der beliebten Action-Reihe, widmet sich Regisseur Travis Knight der Ursprungsgeschichte des liebenswürdigen Autobots. Er war der Transformer, der schon immer die innigste Verbindung zu Menschen hatte. Und das fand ich faszinierend. Warum findet uns Bumblebee so interessant? In diesem Film erzählen wir, wie es dazu kam. Kannst du sprechen? Ich werde dir nicht wehtun. Ich spiele Charlie Watson. Sie hat ihren Vater verloren und versucht, die Lücke zu füllen, die er hinterlassen hat. Und da kommt dann dieser Roboter namens Bumblebee ins Spiel. Und du hast keine Ahnung, wo er herkommt? Keine Ahnung. Bumblebee hat so viel Charisma und er ist echt lustig, auch ohne Worte, weil er ja nicht wirklich spricht. Deswegen mögen ihn alle so gerne. Charlie und Bumblebee entwickeln eine unglaubliche Beziehung. Man kann allein in ihren Blicken sehen, was für eine Verbundenheit zwischen ihnen ist. Selbst ich habe diesen Roboter ins Herz geschlossen, obwohl er nicht mal real ist. Hör mir gut zu. Menschen tun manchmal Schreckliches, wenn sie etwas nicht verstehen. Ab sofort bin ich die einzige Person, der du dich zeigen darfst. Oh, ich bin... Das passt schon. Das passt schon. Danke. Doch nicht alle sind auf Bumblebees Seite. Auf unserem Planeten wütet ein Krieg. Wenn dieser Kriminelle nicht gefunden wird, kommt dieser Krieg vielleicht hierher. Gibt es irgendwen, der dir helfen kann? Hast du eine Familie? Oh, ähm, mich? Eigentlich ist dieser Film eine Geschichte über Freundschaft. Zwei gebrochene Seelen finden zueinander und helfen sich gegenseitig. Los, wer mich lieb! Man fühlt sich diesen Figuren verbunden und leidet mit ihnen. Die Action ist natürlich der Wahnsinn, aber ich liebe die Charaktere. Das wird wirklich aufregend. Coole, außergewöhnliche Charaktere, starke Emotionen und grandiose Action-Sequenzen gemixt mit einzigartigem Humor. Bumblebee. Gott, ich bin sowas von erledigt.